Ich war seit langem wieder im englischen Fußball-Content-Bereich unterwegs und habe das Video vom YouTuber Javiak gesehen über die 10 Fußball-Mannschaften, die man im Jahr 2022 sehen sollte. Und ich dachte mir, dit klau ich. Deswegen gibt es auch von mir ein Ranking von 10 Fußball-Mannschaften, wo ich euch empfehle, sie dieses Jahr besonders im Auge zu behalten. Denn einige können 2022 so richtig abgehen. Nummer 10, Mali. Die erste Fußball-Nationalmannschaft auf dieser Liste ist im Vergleich zu denen, die noch kommen, die etwas unbekanntere Fußball-Nationalmannschaft. Trotzdem sollte man die Nationalmannschaft von Mali 2022 nicht unterschätzen. Denn wenn man sich die Länderspiele vom letzten Jahr anguckt, erkennt man, dass die malischische Nationalmannschaft kaum Gegentore bekam. Zu Beginn verlor Mali mehr Spiele als eigentlich gewonnen, aber diese nie deutlich mit mehr als ein Torunterschied. Aber ab September 2021 verloren die Westafrikaner kein einziges Spiel und bekamen sogar kein einziges Gegentor, was von einer guten Abwehrleistung zeugt. Bei den afrikanischen Qualifikationsspielen für die WM 2022 in Katar bendete Mali die Quali unbeschadet auf Platz 1, mit keiner einzigen Niederlage und keinem einzigen Gegentor. Mali ist damit leider noch nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert, gehört aber zu den letzten 10 Mannschaften, die sich um die letzten 5 WM Startplätze kämpfen müssen. Aber ich bin mir sicher, dass Mali sich dieses Jahr noch das allererste Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft begeistern wird. Wo ich mir auch absolut sicher bin, ist, dass Mali beim Afrika Cup in Kamerun ziemlich weit kommen wird. In meinem Afrika Cup Prognose-Video habe ich Mali nicht nur vor Tunesien in der Gruppe getan, sondern habe sie, Spoiler, bis ins Finale getippt. Und das meine ich ernst. Der Mali hat meiner Meinung nach keinen schlechten Kader. Spieler wie Sami Sekou, der mit Hoffenheim eine gute Bundesliga-Saison spielt, Adama Taure, der mit Sheriff in der Champs League komplett überrascht hat, Adama Taure, ja, es gibt insgesamt zwei Adama Taures in der Nationalmannschaft, der bei Hatay Spohr in der Türkei absolut überperformt, Haidara und Kamer, die beiden Red Bull-Spieler, die mit Anfangs Mitte 20 noch super jung sind, oder Geves Bissouma, der bei Brighton in der Premier League seine vielleicht beste Saison spielt. Meine Prognose für Mali 2022, Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar, um dort zumindest Gruppentritter zu werden. Und beim Afrika Cup prädikte ich, dass Mali mindestens ins Halbfinale kommt, wenn nicht ins Finale. Nummer 9, Ecuador. Die nächste Nationalmannschaft, die ihr dieses Jahr im Auge behalten müsst, ist Ecuador. Auch wenn der Name nicht so danach klingt, ist Ecuador keine schlechte Mannschaft und steht nach 14 gespielten WM-Qualifikationsspielen auf Platz 3 vor große Namen wie Kolumbien, Uruguay, Peru oder Chile. Und nur Brasilien und Argentinien sind besser platziert als die Südwestamerikaner. Ecuador gewann auch nicht glücklich gegen zwei, drei Rumpeltruppen, wie beispielsweise Venezuela, Paraguay oder Bolivien, sondern sie besiegt noch starke Mannschaften wie Uruguay mit 4 zu 2, Chile mit 2 zu 0 und einfach Kolumbien mit 6 zu 1. Auch vor einem Unentschieden gegen Brasilien oder WM-Teilnehmer von 2018 Peru schreckt die Mannschaft einfach nicht weg. Aktuell steht La Tri auf den dritten Tabellenplatz und wäre somit direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Mit 23 Punkte hat Ecuador insgesamt sieben Punkte Differenz auf einen Nicht-Qualifikationsplatz. Ob Ecuador sich seit 2014 wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren wird, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Die letzten vier Quali-Spiele sind zwei Heimspiele gegen Brasilien und Argentinien und zwei Auswärtsspiele gegen Peru und Paraguay. Meine Prediction für Ecuador 2022, sie werden beide Auswärtsspiele gegen Peru und Paraguay gewinnen und weil Ecuador aktuell zu Hause noch ungeschlagen ist, wird Ecuador zumindest einen Punkt entweder gegen Brasilien oder Argentinien einfahren und sich als Tabellendritter direkt für die Fußball-Weltmeisterschaft 2020 in Katar zu qualifizieren. Je nachdem Ecuador in der Gruppenphase kommt, wäre zwischen Gruppenletzter bis Achtelfinale alles drin für die Ecuadorianer. Die nächste Nationalmannschaft kommt nicht aus Süd, sondern aus Nordamerika. Gemeint ist Kanada. Die kanadische Fußball-Nationalmannschaft ist aktuell sehr gut drauf. Bei der Nord-Mittelamerikanischen WM-Qualifikation stehen sie nach 8 Spieltagen auf Platz 1 und besiegen direkte Konkurrenten wie Costa Rica mit 1 zu 0 oder vor kurzem Mexiko mit 1 zu 2. Kanada hat einen sehr jungen Kader mit sehr vielen vielversprechenden Talenten, wie zum Beispiel Jonathan Davids von Lille oder Alphonso Davies von den Bayern, die bei der Nationalmannschaft noch richtig zünden werden. Meine Prognose für Kanada 2022, ich denke, dass Kanada zwar gegen Mexiko oder die USA einstecken muss, allerdings ist der dritte Platz auch ein direkter Qualifikationsplatz und dort sehe ich Kanada auch am Ende und sie werden sich seit langem wieder für eine große Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Nummer 7, Katar. Auch den Gastgeber für die Fußball-Weltmeisterschaft 2020 habe ich auf dieser Liste. Warum? Wie wir alle wissen, bereitete sich der Golfstart seit der Vergabe der WM nach Katar für dieses große Sportereignis vor. Sie nahmen an sämtlichen Turniere und Qualifikationsgruppenspiele teil, um Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Beispielsweise spielten sie bei der europäischen WM-Quali mit und bei der asiatischen WM-Quali, obwohl man es als Gastgeber nicht nötig hatte, daran teilzunehmen. Auch an großen kontinental-internationalen Turnieren nahm die katarische Nationalmannschaft teil. Beispielsweise gewann Katar überraschend den Asia Cup 2019 gegen Japan, kamen im Gold Cup 2021 bis ins Halbfinale und holten im FIFA Arab Cup im eigenen Land den dritten Platz. Auch glaube ich, wird Katar in den nächsten Tagen noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um einen ordentlichen Trainer auf die Bank zu holen. Gerüchten zufolge ist Pep Guardiola als Nationaltrainer Katars im Gespräch, wo er ein zweistelliges Millionengehalt bekäme. Katar hat so viel Geld für die Fußball-Weltmeisterschaft ausgegeben und so viele Menschenrechte ignoriert, da das Land schon ein so schlechtes Image hat, wäre es absolut peinlich, wenn Katar in der Gruppenphase ausscheiden würde. Meine Prognose für Katar 2022 Sie werden eine ähnliche WM wie Russland 2018 im eigenen Land spielen und die Gruppenphase überraschend überstehen und sogar bis ins Viertelfinale kommen. Es klingt zwar stand jetzt absolut unrealistisch, aber Katar hat so viel Geld für diese WM ausgegeben, dass Schiedsrichter nicht so teuer sind. Nummer 6 Argentinien Warum wir 2020 sich besonders auf die argentinische Nationalmannschaft achten sollten, muss ich euch nicht verraten. Denn es ist die letzte Fußball-Weltmeisterschaft und die letzte große Chance, die Karriere mit einem WM-Titel zu schmücken und die Welt zu zeigen, dass er der beste Fußballer der Zeiten ist. Die Regel ist von keinem anderen als Lionel Messi. Diese WM wird Messis voraussichtlich Letzte sein und bei dieser wird er sicherlich auch alles geben. Letzten Sommer konnte Messi schon endlich einen Titel mit Argentinien gewinnen und vielleicht könnte er es diesen Dezember nochmal wiederholen. Ich würde nicht direkt sagen, dass Argentinien Weltmeister wird, weil es Messis letzte WM ist. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das Argentinien Halbfinale auswärts alles dabei ist und auch der WM-Titel ist für mich auch nicht unrealistisch. Realistischer als für Ronaldo. Nummer 5 Belgien Belgien wird seit 7, 6 Jahren von jedem als absoluter Geheimfavorit auf dem WM-Titel oder EM-Titel gehandelt und in den Himmel gelobt. Immer wird von goldener Generation geredet und wie gut Belgien eigentlich ist. Sie beginnen eigentlich die Turniere immer sehr stark in der Gruppenphase, sind sie immer einer der besten Mannschaften. Aber wenn es dann in Richtung K.O.-Phase, Halbfinale, Finale, also in den Phasen, wo es richtig ernst wird, wird aus den Prophezeiungen, dass Belgien es dieses Jahr schaffen wird, eigentlich nichts. Diese WM, diese Weltmeisterschaft wird vermutlich die letzte Chance sein für die goldene Generation an belgischen Fußballern wie Lukaku, Kevin De Bruyne oder die beiden Hazards. Es wäre mega traurig, wenn diese Generation wie Ungarn 1954 ohne Titel in die Geschichte eingeht. Meine Prognose für Belgien 2022, sie werden zwar auch wie letzte WM mit großen Hoffnungen ins Turnier starten, aber die goldene Generation an belgischen Fußballern wird sich nicht belohnen können und im Halbfinale scheitern. Leider. Nummer 4, Dänemark. Dänemark spielt eine hervorragende Europameisterschaft. Obwohl die Sache mit Christian Eriksen passiert ist und man sehr, sehr schlecht gestartet ist, hat man den Schock super schnell verarbeitet, wirklich super geile Leistung auch vom Trainer, auch vom Kapitän Sommelkir und hat es bis ins Halbfinale geschafft, wo man am Ende durch einen sehr, sehr kontroversen Elfmeter ausgeschieden ist. Auch für die WM 2020 hat sich Dänemark souverän als, glaube ich, beste Mannschaft zusammen mit Deutschland qualifiziert und wird auch dort, wenn sie denselben Kampfgeist wie bei der Euro 2020 zeigen, zur Überraschung des Turniers. Meine Prognose für Dänemark 2022, sie werden es jetzt nicht bis ins Halbfinale schaffen, aber zwischen Halbfinale und Viertelfinale ist für mich, für Dänemark alles drin. Nummer 3, Deutschland. Auch auf die deutsche Nationalmannschaft sollte man dieses Jahr besonders achten. Nicht nur möchte Deutschland die Schmach von der Weltmeisterschaft 2018 in Russland wiedergutmachen und mit dem neuen Nationaltrainer Hans-Dieter Flick, der vorher mit den Bayern ultra erfolgreich war, die deutsche Nationalmannschaft wieder auf Hochglanz bringen. Unter Hansi Flick gewann die deutsche Nationalmannschaft 7 von 7 Länderspiele und qualifizierte sich als erste europäische Nationalmannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ob Hansi Flick Deutschland wieder zu einem ernstzunehmenden BM-Favoriten machen kann oder ob Gegner wie Rumänien, Island, Lichtenstein und so weiter aussagekräftig sind und ob Deutschland nicht wieder aus der Gruppenphase ausscheidet, werden wir bei der WM sehen und das wird sehr spannend sein zu sehen, wie Deutschland sich die nächsten Tage, die nächsten Jahre und die nächsten Monate entwickeln wird. Meine Prognose für Deutschland 2022, ich denke nicht, dass Deutschland Weltmeister wird, allerdings denke ich, dass die Mannschaft wieder da sein wird, wo sie früher waren und mindestens zwischen Viertelfinale und Halbfinale kommen können. Nummer 2, Algerien Die algerische Fußball-Nationalmannschaft ist super spannend. 2018 waren sie nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert und schreiben aktuell Fußballgeschichte. Nach der enttäuschenden Nicht-Qualifikation gewann Algerien 2019 ohne eine einzige Niederlage den Afrika Cup und letztes Jahr 2021 im Winter den FIFA Arab Cup. Interessant ist, dass Algerien seit November 2018 kein einziges der aktuell 41 Länderspiele verloren haben und somit den Weltrekord von Italien mit der längsten umgeschlagenen Serie, die die Italien eigentlich vor kurzem eingestellt hat, gebrochen. Und jetzt werden viele sagen, ja, aber Algerien, Afrika, die Mannschaften sind da nicht so gut. Digga, wer das sagt, keine Ahnung von Fußball. In Afrika sind sehr viele sehr, sehr gute Mannschaften, alle auf dem gleichen Nouveau. Denn die Grünen schlugen auch Mannschaften wie Nigeria, Mexiko, Kolumbien mit 3 zu 0. Auch der Senegal und Nigeria sind keine schlechten Mannschaften, vor allem Senegal. Habt ihr den Kader mal angeguckt? Digga, was ist das für ein Kader? Und der Grund, warum Algerien sich 2018 nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, ist, dass in Afrika leider, leider zu wenige Startplätze gibt, was meiner Meinung nach absolut dumm ist. Denn das ist eine WM und keine EM. Für mich sollten die europäischen Mannschaften einige Startplätze abgeben. Und wir heulen rum, dass die afrikanischen Verbände fordern, WM alle zwei Jahre, aber selber sauviele Startplätze wegnehmen. Ja super, doppel Moral. Aber nochmal zum Weltrekord zurückzukommen. Allerdings wird der Weltrekord vom Algerischen Verband sowie Nationaltrainer abgelehnt. Denn für sie zählen die Spiele des FIFA Arabiens Cups nicht zur offiziellen Zählung. Denn dieses Turnier haben sie nicht mit der ersten Mannschaft und nicht mit den offiziellen Nationaltrainer Algeriens gespielt. Deswegen stehen sie aktuell bei 35 Länderspiele in Folge ungeschlagen und brauchen nur noch drei Länderspiele, um diesen Rekord jetzt offiziell, offiziell von offiziellen Seite und von Verbandsseite zu brechen. Ob Algerien den brechen wird, werden wir dieses Jahr sehen. Meine Prognose für Algerien 2022, sie werden die drei, vier Länderspiele vollmachen und den alleinigen ungeschlagenen Weltrekord aufstellen. Auch wird Algerien den Afrika Cup ohne Schwierigkeiten durchspielen und auch diesen gewinnen. Auch wird sich Algerien für die Fußball-Weltmeisterschaft 2020 qualifizieren und dort vielleicht ähnlich wie Ghana 2010 einen riesen Lauf erleben. Und vielleicht Halbfinale wäre übertrieben, aber Achtelfinale, Viertelfinale wäre realistisch. Bevor wir zu meiner absoluten Nummer 1 kommen, schreibt mal gerne in die Kommentare, auf welche Nationalmannschaft ihr 2021 gespannt seid. Es gibt sicherlich Mannschaften, die ich vergessen habe. Die USA, aktuell sehr erfolgreich, sehr talentierten Kader. Der könnte 2026 bei der Heim-WM interessant werden. Auch Russland, wenn sie sich für die WM 2022 qualifizieren, müssen sie unter neutraler Flagge spielen. Das heißt ohne Namen, ohne Flagge, ohne Hymne. Auch weitere afrikanische Länder wie Marokko oder Senegal sollte man dieses Jahr besonders im Auge behalten. Genau auch, wie sich jetzt die Türkei unter Stefan Kunz entwickeln wird. Oder auch die Entwicklung von Nordmazedonien aktuell ist auch echt interessant. Aber wenn ich jetzt alles hier behandeln würde, würde es echt den Rahmen sprengen. Nummer 1, Spanien. Die Mannschaft, wo ich 2022 besonders achten werde, ist Spanien. Spanien hat meiner Meinung nach einen der interessantesten Kaders auf der Welt. Mit Gavi, mit Petri, mit Ansu Fati, Ferran Torres oder Eric Garcia, ich habe glaube ich noch nicht alle genannt, hat man einen übelst talentierten Kader, die dieses Jahr ihre allererste Fußball-Weltmeisterschaft spielen werden. Auch hat Spanien mit Sergio Busques und Jordi Alba, zwei absolute Führungsspieler, die Erfahrung besitzen, wie man ein Turnier erfolgreich bestreitet. Und diese werden meiner Meinung nach auch sehr wichtig werden, einige junge Spieler an die Hand nehmen und zeigen, wie man ein Turnier spielt. Auch auf Spieler wie Uriah Sabal, Dani Olmo, Rodri und es gibt so viele weitere gute spanische Fußballer, die noch richtig wichtig werden können. Auch auf David De Gea, der aktuell wieder zeigt, dass er zu den besten Torhüter auf der Welt gehört und mit seinen 31 Jahren ist er im guten Torwartalter. Man kann sagen, dass die Mannschaft vielleicht Erfahrung fehlt, aber wenn man mal das letzte Jahr anschaut, war Spanien super erfolgreich. Also sie kamen bis ins EM-Halbfinale und sind erst im Elfmeterschießen am späteren Turniersieger Italien ausgeschieden. Bei Olympia kamen sie bis ins Finale und auch in der Nations League haben sie es im Finale geschafft. Spanien weiß, wie man erfolgreich ist und ich glaube auch, dass sie es dieses Jahr 2022 bei der WM auch zeigen können. Meine Prognose für Spanien 2022, Weltmeister. Ja Leute, das waren alle 10 Mannschaften, die ich dieses Jahr ausführlich verfolgen werde. Welche Mannschaften verfolgt ihr dieses Jahr ausführlich? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habe ich einige interessante Mannschaften vergessen. Mir fehlen nur noch 20 Abonnenten, glaube ich noch, oder 10. Das geht super schnell. Bis zu den 5000 Abonnenten, macht die gerne voll. Das war's mit dem Video, bis nächstes Mal und ciao.